Das muss ich festhalten. Was ist jetzt bei Ihnen, Andreas? Warte mal, rat mal, was drin ist. Vielleicht könnte ich ein Computerspiel oder so. Ja, keine Ahnung. Nein, siehst du so? Ich werde wahnsinnig. Hast du den Glück? Nein, siehst du so? Wauw, das ist toll. Du kannst es hier, Nina? Ja. Ich mag es noch.